Keramikfliesen Acrylmaterial Inkseer UV-Drucker Der Rikoch G5 Druckkopf verwendet den G5 G6 Rikoch Edelstahl Industriekopf mit interner Heizung der Graustufe, der eine hohe Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Auflösung aufweist. Es ist für Langzeitarbeit geeignet, 24 Stunden in Betrieb. Es kann auch zweistufige Präzisionsschraubenstangen und importierte Panasonic Servosynchronmotoren verwenden, sicherstellen, dass die Schraubenstange auf beiden Seiten der Y-Achse synchron läuft und über einen automatischen Antikollisionssensor und ein automatisches Höhenmesssystem verfügen, um die Druckköpfe vor einem Quetschen zu schützen Gefahr die das Verfahren eliminieren, dass wir die Dicke selbst messen.